Hallo und herzlich willkommen bei Uniapart in Landshut. Wir befinden uns hier auf dem direkten Weg von der Innenstadt zur Fachhochschule Landshut, nur etwas mehr als ein Kilometer davon entfernt. Es erwarten Sie hier 170 voll möblierte und modern ausgestattete Apartments, alle mit eigenem Bad, Küchenzeile und Terrasse oder Balkon in Richtung Süden. Und was Sie sonst noch erwartet, hier zeige ich Ihnen gerne bei einem kleinen Rundgang. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen unser Rundgang gefallen hat, dann freuen wir uns auf Ihre Mietanfrage und können Sie vielleicht schon bald als neuen Bewohner bei uns begrüßen.